Ja, moin moin und herzlich willkommen zu 7 Days to Die mit dem lieben Ommel. Du hast doch damit gerechnet. Moin moin. Wir hatten so eine kleine... Der Spike da unten, da klebt einer von deinen Fußnägeln dran. Warum nur? So, wir haben eine Treasure Map. So, und du hast eine. Und ich habe eine und ich glaube, meine ist schon mal ekelhaft. Obwohl, meine ist mittelmäßig weit weg. Ich kann die ja mal teilen. So, warte mal. In welche Richtung? Dann müsste ich in diese. Und, oha, hast du da gerade... Nee. Ich habe noch nichts geteilt. Ich teile mein jetzt. Das ist der Trailer. Und zwar... Richtung Norden. Share. Everyone. Meine ist östlich. Guck mal, siehst du die? Warte mal. Ich fände dich realistisch auf jeden Fall schon mal. Schatz. Schatz. 1,1. Genau. Everyone. So. Norden. Richtung Norden. Wow. Nee, ist noch nicht geteilt. Doch, habe ich. Nee. Achso, da. 1,3. Meine ist dichter. Oh, meine ist aber im verbrannten Biom. Ich glaube, wir wollen zu deiner. Wo ist denn deine? Immer noch im Osten. Im Osten? Warte mal. Osten, 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 Osten. Ich gucke mal Richtung Osten. Ich sehe keine. Na, guck nochmal. Ich musste mich auch anstrengen geben. Vielleicht solltest du es auch teilen. Hab ich. Nee. Mit R, wie Bon. Ach, da unten. Warte mal, da unten. Geh mal dahin. Geh mal zu deiner. Ja, genau. Nein, zu deiner. Komm. Nein. Komm. Mensch, die sind verbrannten Biom. Ja, komm. Auf dem Rückweg holen wir dann meinen noch. Hast du eigentlich eine Schaufel mit? Eine Holz, äh, eine Steinschaufel, ja. Okay, ich habe keine mit. Ich gucke dann, ob einer kommt, ja? Und du schaufelst. Oha. Oh, hier ist eine. Eine Schreierin. Lass sie kommen. Lass sie gehen. Sie kann doch auch nichts dafür. Nein, nein, die bleibt da nicht. Kann das sein, dass sie... Was dann? Ey, hier ist noch eine. Ja. Wow. Warum waren hier zwei? Okay, sie sind weg. Apropos, warum waren hier zwei? Ja, komisch. Ähm. Hast du mal eine Papiernot erlebt in dem Spiel? Nee. Ich habe gerade Papiernot. Hä? Hm, nicht hier, aber woanders. Echt? Ja. Nee, habe ich nie. Da habe ich angefangen, Papier vom Boden aufzusammeln. Ich kam mir so schäbig vor. Das glaube ich. Nee, also, klar. Das kommt auf den Tag drauf an. Also, ich kann mir vorstellen, an den ersten 14 Tagen kann das schon mal sein. Je nachdem, wo man irgendwie spawnt oder so. Aber, äh, ansonsten kann ich mir das nicht so richtig vorstellen, nee. Boah, ich habe keinen Bock auf Schwimmen. Naja. Hilft ja nichts, ne? Ich glaube, wir schwimmen am besten hier so schräg rüber. Ich glaube, Laufen ist mal im Baden schneller, ne? Glauben wir das überhaupt? Ich gehe unter gerade. Kann nicht schwimmen. Sollen wir dir das nochmal beibringen? Ja, ich habe immer noch Grafikfehler in dem Spiel. Ich weiß auch nicht, warum. Hm. Hier in dem Wasser zum Beispiel. Ich überlege, ob wirklich meine Grafikkarte vielleicht einen Hauweg hat. Weil auch die Texturen immer so flackern, sehr oft. Okay. Aber ich würde dir jetzt nicht unbedingt unter einer Grafikkarte die Schuld geben. Doch, sie ist schuld. Federn können nicht schaden, sage ich einfach mal so. Jo. Dann fangen wir an zu looten. Warte. Ich glaube, das wird eine Schaufelei. Hat das schon mit einer von uns geskillt? Müsse ich nochmal gucken. Aber erst 18 Stück. Und zwei Einer. Ja. Sehr gut. Apropos. Oh. Bünder Dieb. Sag mal. Nein, ich kann nicht laufen. Warum nicht? K.O. Ich hab's gehört. Du tust ihm weh. Du tust ihm weh. Du tust ihm weh. So gut, dass wir ins verbrannter Biom gehen. Mit Fleisch. Möchtest du das Fleisch kurz haben? Ich hab keinen Platz mehr, oder? Ne, ich hab die Federn und das Fleisch, okay? Teilen wir uns. Was ist denn mit meinem Messer los? Ist das stumpf? Wow. Oh, wie süß. Guck mal hier. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Seh ich nicht schnuckig aus? Hallo. Was hast du? Guck mal, was ich Schönes anhabe. Ein Poncho. Oder was? Ein Poncho. Was meinst du denn, was du anhörst? So eine lila Hose hab ich an. Lila ist der letzte Versuch. Ja, die... Also hattest du die schon immer an? Nein. Ja, toll. Steht neben dir und haut mich, ne? Ach. Hexenwerk. Der wusste eben nicht mehr, was er machen soll. Nee. Ist einfach stehen geblieben. Hab gesagt, alles klar. Kannst mich nicht verarschen. Ich muss gerade mal usen. Gehen wir mal Richtung X. Hast du schon wieder ein Huhn? Ich hab eins gehört, aber leider nicht gesehen. Tuck, 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 tuck. Jetzt beginnt gerade hier meine Konzentrationsphase. Ja, aber verbranntes Biom ist doch easy. Das ist doch... Ja, es sind auf jeden Fall ein paar weniger Hunde. Das ist richtig. Bleiben wir beieinander. Und es gibt Nester. Ja, ja, klar. Wo bist du? Da hinten. Auf dem Weg. Auf dem Weg, auf dem Weg. Mit dem Rad, mit dem Rad. Ein Hirsch. Du hast doch Fleisch dabei. Da kannst du doch den Hirsch gleich mitnehmen. Der ist doch schon da tot. Der ist wirklich schon tot, der Hirsch. Willst du ihn? Ich weiß nicht, wo du ihn hingelegt hast. Schau mal hier, da. Hier an der schönen Birke. Die es einmal war. Früh her. Schütz mich. Bist du bald durch mit dem? Hä? Bist du bald durch mit dem? Komm. Nein, lass den Krabbler. Bitte lass die Krabbler. Unnützes Gesocks. Ne, wir laufen jetzt auch einmal zum Schatz. Weil es ist 14 Uhr 18. Mein Schatz. Ich bin mir unsicher, wie lange wir dafür brauchen. Ja, gut. Wir haben... Geskillt haben. Aber es scheint so, als wäre der im Wasser. Ich will kein Wasser, Schatz. Warum reinpassen? Es ist unrein. Der ist ziemlich sicher im Schatz. Im Schatz. Im Silbersee, Schatz. Ob der Verbrannte im Wasser auch brennt? Na toll. Wie kann denn das sein? Ja. Hä? Aber er kann nur auf dem Boden, ne? Aber der hat... Hokus Pokus hat der. Guck mal. Wie das aussieht. Total geil. Dass er da brennt, ne? Ja. Finde ich schon, ne? Eigentlich total cool. Willst du den Schatz haben? Den Schatz? Ist das Fleisch drin? Stimmt. Wo ist denn der Schatz? Ich seh dich nicht. Wo bist du, Junge? Junge. Ach da. Mahlzeit. Hä? Wieso sehe ich denn deinen Schatten hier irgendwie langlaufen? Du gehst viel schneller als ich. Lalalala. Hä? Ist jetzt hier noch der Schatz? Ach so, du machst das mit dieser Leertaste, mit diesem Sprengen, ne? Auch, ja. Das Problem ist, dass ich den Schatz nicht seh. Wo läuft, mein Junge, wo läuft. Wo ist denn der jetzt? Ja, irgendwie, hier, demnächst müsst ihr kommen. Wahrscheinlich muss man tatsächlich... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh nein. Ich hab mir ein Messer fallen lassen. Ja, heb auf. Ich seh es, ich seh es. Vor allem ist das mega tief. Ich komm nicht mehr ans Messer ran, ne? Das ist jetzt weg. Ich hab Knochen. Ich kann ja eins machen, wenn du möchtest. Scheiße. Das ist weg. Ist das hier ein Schatz schon? Ja, hinten auf der Insel. Fuck ey, ich ärgere mich grad so. Dieses verdammte Footmesser. Nein! Ärgern dich nicht, Ommel. Hattest du jetzt einen Knochen, oder? Ich hab ein richtiges Messer verloren. Oh Gott. Es sind immer dieselben. So unprofessionell. Ist das hier eine Insel, wo keiner drauf ist? Ja. Könnte man ja fast drauf wohnen. Oder buddeln die einen dann auch noch. Sag mal. Siehst du den Schatz schon? Vor allem ist die Frage, wo spawnt die Horde, weißt du? Ja, die spawnt dann halt in der Nähe und kommt dann durchs Wasser. Hier. Hier muss er sein, irgendwo. Siehst du den schon? Ja. Jetzt seh ich ihn. Erholen. Ach da. Kann ja nicht so schnell. Kann ja nicht schneller tauchen. Das ist ja das Stimme. Ach so, taust du schon? Ja, ich muss ja warten, bis der irgendwann runter sinkt. So, kannst du auch. Man kann nicht schneller tauchen. Oh, noch 50 Prozent. Ich bin dir noch nie aufgefallen. So, jetzt sterbe ich wahrscheinlich. Gut, dann komm hoch. Ja. Ich werde sterben. Komm hoch. Ich sterbe. So schnell stört sich das nicht. Komm, wir gehen mal gucken nach vorne. Hey, der Schatz wird mir... Wie doof ist das denn jetzt? Ach so, ich dachte eben, der wird mir... Der wird mir echt noch angezeigt, ne? Okay, es war... Es war eine ganz normale... Ganz normale Schatz... Also so eine... So eine... Aber die ist nicht zersprungen, die Kasten... Der Kasten. Ich habe es auch als zerspringen sehen. Ehrlich? Ich nicht. Aber ich habe mich darauf geachtet. Wieso willst du jetzt hier auf die Insel? Du wolltest doch gucken, ob hier was ist. Ja, wir müssen ja dann jetzt weiter zurück. Ja, stimmt schon, ne? Also das war jetzt... Nicht von Vorteil. Aber vielleicht ist noch irgendwas hier. Ja! Ja! Siehst du? Ein Alvogel-Nest. Von einer einsamen Ente. Ach so. Die einsame Ente ist ein... Verwünschener Prinsch. Ist ein verwünschener Prinsch. Glauben ja. Da hinten ist Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle. Da sind wir ja fast Richtung Norden schon, ne? Mhm. Nord, Nord, Ost. Ich habe ein Messer verloren. Ich könnte dir einen Knochen geben, wenn du möchtest. Oh, warte mal. Hey Junge, Junge! Hast du noch ein Messer für mich? Nee, ein bisschen Munition. Ach so, willst du eigentlich wissen, was ein Treasure war? Na. Jetzt hier mal. 2000 Coins und Munition für die Sniper. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Sniper. Jo. Hast du einen Sniper? Nein. Der junge Mann hier rechts von dir auch leider nicht. Leider auch keine Sniper. Oha. Oha. Was ein weiter Weg. Mhm. Na dann, hopp. In die Richtung? Ja, wir müssen. Wie schön, dass hier unten da Wasser aussieht. Wie eine Mondlandschaft. Ja, man, es sieht zumindest kürzer aus in die Richtung, ne? Aber wir werden wahrscheinlich noch irgendwie auf dem Baum schlafen, oder? Nach Hause schaffen wir das. Auf dem Baum? Wieso auf dem Baum? Ja. Wo denn sonst? Schön im Baumhaus. Weißt du, wie gemütlich das ist? Ein Baumschmaus? Ja, das kann man machen. Geht ja fast nicht anders. Da kommt verbranntes Biom, oder? Ja, müsste. Ja. Burns, burns, burns. Burns, burns, burns. Ich glaube jetzt, aber der Weg wird nicht viel einfacher. Das ist ein ganz schöner Weg. Wir müssen halt nur noch ein bisschen rüber. Zum Waste. Die, 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 die. Ein ordentlicher Bogen, denn. Mhm. Das ist ein Crossbow, kein Bogen. Ich bräuchte so ein schönes Handling. Tja. Was sollen wir jetzt dazu sagen, Rommel? Hä? Ich meine, er hat keine Ausdauer mehr. Trink doch was. Einfach Mund aufmachen und dann... Ja, das schmeckt nicht so lecker, ja. Ich schwimme vor dir. Ich kann dir das Wasser auch ein bisschen einfärben zum Tee. Mhm. Nur mit der letzten Kraft. Und einem Schluck. Achso, ich bin nicht durstig. Oh, ein Boot wäre cool. Ja, es wird echt Zeit für was Neues hier, ne? Ein Holzboot. Warum könnt ihr nicht ein Holzboot einführen? Ich möchte ein Holzboot haben. Sand brauche ich nicht. Ich könnte mir, ich könnte mir sowas hier machen noch. Na gut, ich mache es. Ist egal. Wo bist du? Da vorne? Du rindst einfach weg und sagst zu mir, ich soll dich beschützen. So kann ich dich nicht beschützen, mein Freund. Ich gucke schon mal. Falls Gefahr anlauert, dass ich dir Bescheid sagen kann. Wo soll deine Gefahr jetzt kommen? Von wo? Weiß ich nicht. Hast du Angst? Nö. Na also. Ein Swino. Ein was? Ein Schweinchen. Ne, das brauche ich nicht. Ich bin vorbeigeschossen. Den Schwein hätte ich jetzt gerne nicht so. Und da vorne ist, glaube ich, Hundegebiet. Wo bist du? Meinst du? Dann bin ich ja gut aufgehoben mit dem Fleisch da. Hast du dir noch mehr Fleisch geholt, ne? Ist klar, ne? Ist klar. Ich habe mir gedacht, viel Fleisch stinkt auch viel. So, das ist auch eine gute Sache eigentlich so. Ey, warte mal. Der hat mir wirklich... Wer? Den Schatz nicht weggenommen. Der ist noch da, gell? Ja. Ist ja ätzend. Weil ich ihn nicht eingesammelt habe, oder was? Das ist ja doof. Ist das so? Ja, offensichtlich. Er zeigt mir den ja immer noch an. Also nicht das X, sondern schon die Schatztruhe. Randy ist da. Ja. Ich würde hier gerne raus aus dem Gebiet, ehrlich gesagt. Bis 22 Uhr. Oh, ich mag keine Farbe. Ich finde es ganz schön so. Grau. So ist heute meine Seele. Konji, guck mal. Ich habe ein neues gemacht. Verdiere es nicht. Verdiere es nicht. Ich habe mir ein neues gemacht. Ich will mal gucken, ob die Spitze schön ist. Au. Ja. Sag mal. Zweimal nicht getroffen. Oh, der hat äh... Gewichte dabei. Fischgewichte. Boah, was im Weg. Ist ja echt Wahnsinn. Hm. Und wir machen einen schönen Bogen. Aber wir werden auch ein bisschen was erkunden dabei. Das ist der Vorteil. Wir müssen hier lang. Glaub mir. Ja, klar müssen wir hier lang. Oh, jetzt komme ich nicht mehr. Dein Schatz kommt da hinten ja auch noch. Deswegen. Da sind wir doch hin. Da wollen wir doch hin. Da sind wir doch hin. Da gehen wir doch hin. Also diesen Weg meine ich. Nehmen wir doch. Oh, wie schön hier. Guck mal. Lauter schöne gelbe Pflänzchen. Hier ist Mais. Ich glaube brauchen wir auch, ne? Gelbe Pflänzchen. Und eine Schoffel bräuchte ich. Dazu brauche ich aber Plentys. Sind ich... Die sind nun gerade nicht da. Ich glaube die haben sie... Die sind alle. Plentys? Plentys. Joa. Gott sei Dank. Dann müssen wir in ein anderes Gebiet. Das Schwein tötet sich selber. Wo? Ich mich auch. Apropos ein anderes Gebiet. Da vorne ist Wasser. Och, come on. Guck mal hier unten lang. Schön. Schöner Mais. Ähm, wir brauchen ja... Clay noch, oder? Kann das sein? Aber eigentlich nicht von hier, ne? Hätte ich auch... Oh, das ist ein Trader. Warum ist da ein Trader? Ach nee. Wo ist ein Trader? Das müsste ein Trader sein. Warte, 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 warte doch mal. Du rennst wieder vor. Das ist unmöglich. Folg mir. Ja. Ja, wie soll ich dir dann folgen, wenn du weg bist? Ein Trader? Ja, natürlich ist das einer. Warum ist denn hier einer? Ja, warum nicht? Also, man wollte mir mit... ...mit starker Überzeugung vermitteln, dass es nur einen Trader gibt. Nee, nee, das ist falsch. Aber der wird gleich zu haben. Nee, der hat noch ein bisschen auf. Naja, der wird gleich zu haben, heißt ja nicht, der wird in 10 Sekunden zu haben. Aber ich glaube, um 22 Uhr ist der spätestens dicht. Dann können wir hier runter zu dem Haus, ne? Da sind ja noch... Was? Sollten wir... Aber den Trader kenne ich gar nicht. So einen. Mit so einem Eingang. Cool gebaut, ne, das Ding. Äh, die sind Blueberries und so. Wie cool ist das denn? Wo bist du denn? Bist du drin? Ja, klar. Warum machst du denn die Tür zu? Äh, lass... Mach zu! Wenn hier Zombies reinkommt, dann hast du hier nicht mehr rein. Ach, das ist doch gar nicht wahr. Ja, das ist wahr. Ich sag, du warst's. Mhm. Diggi, moin. Sprich ordentlich mit mir. Was denkst du denn, was toll ist? Mit Challenge. Mit Challenge, super. Kauft er eigentlich seinen eigenen Scheiß wieder auch auf? Was bleibt ihm übrig, ne? Muss er ja. Was muss er ja machen? Der arme Junge. Animal Hide verkaufe ich. Haben wir genug zu Hause. Ich überlege gerade, ob ich das Fleisch auch verkaufe. Fleisch würde ich nicht machen. Ich glaube, da kriegst du nicht wirklich was für. Nee, ist auch nicht vier nur. Du, äh, Ome, das ist 20.15 Uhr. Wir haben, also... Das heißt... Ich bleib hier jetzt nicht drin. Also entweder töten wir jetzt hier die beim Haus. Und bauen uns ein Baumhaus, oder... Ein Hausbaum? Ja. So, ich hab jetzt einmal rund geguckt. Oh, verdammt. Jetzt bin ich runtergefallen. Hey, Jude. Kann ich dir die brennenden, äh, Dinger verkaufen wieder? Guck mal, hier sind noch mehr Häuser. Also dahinter ist noch eins. Guck mal, ob hier ein Zombie sich rumtummelt. Wo ist denn der Ausgang da? Könnten wir ins Obergeschoss. Wo bist du denn jetzt lang? Ja, zu dem Haus hier unten. In der Senke. Ich hab übrigens immer noch kein, äh... Kein Mininghelm. Sehr hilfreich hier. Geh mir die Treppe schon mal ab. Ist immer gut, wenn keiner da ist. Also. Oh, da unten ist Wasser. Da unten ist Wasser. Da bin ich mal gestorben an so einem Wasser fast. Hast du geguckt, ob Post da ist? Äh, nee. Noch nicht. Was? Machst du doch immer. Du guckst doch sonst immer auf, ne? Mhm. Du. Mit unter. Aber hier weiß ja keiner, dass wir gerade hier sind. Soll ich mal gucken gehen? Weiß ja schon keiner, dass wir hier sind, ey. Keine Post da. Musst du reichen. Ich hab jetzt mal... ...zwei... ...schon mal vorbereitet. Falls wir überrascht werden. Da rennt ein Schwein. Da geht eine Straße übers Wasser. Cool. Ne, ich mach erstmal nochmal ein bisschen Holz hier klein. Wir haben wahrscheinlich aber kein... Du hast keine Lampe dabei, ne? Für was? Für Licht. Na ja, ist schon klar, dass du eine hast. Aber mit unter gibt's ja Mitspieler, die auch an Licht interessiert werden. Wir sind doch zusammen. Na gut. Wenn du nicht mehr wegläufst. Sollen wir irgendwas aufwerten? Hier drin legen? Brauchen wir nicht. Brauchen wir Woodframes oder so'n klein-pick? Ich hab Woodframes drin herangesetzt, damit wir erstmal jetzt hoch und runter können. Das ist ja auch nur, falls wir überrascht werden. Normalerweise können wir uns ja bewegen. Aber du weißt ja, wie das ist. Also die kommen ja unangemeldet. Und außerdem, kennst du den Sound, wenn morgens der Trader aufmacht? Äh, nö. Das ist richtig cool. Sollten wir vielleicht, wenn wir die Gelegenheit haben, der macht glaube ich um sechs oder so auf. Okay. Sollten wir uns die Zeit nehmen. Ein sehr cooler Sound. Gibt es hier irgendwas, wo man... Da vorne ist noch ein Hirsch. Ich überlege, ob ich den schieße. Ich glaube, kein Platz im Inventar. Kann ja die Sachen... Guck mal, hier sind sogar zwei Betten. Oh, jetzt ist er tot. Hast du noch ein bisschen Platz? Ja, ja. Ich hab noch Platz und ich mach hier eine Kiste, damit wir die Sachen zusammenlegen können. Der Hirsch ist tot. Der Hirsch ist tot. Der Hirsch ist tot. Ich muss gerade mal irgendwas ablegen hier. So. Ich hol mal den Hirsch. Der war doch da irgendwo. Irgendwo war der doch da. Da. Ich seh fast nix. Das ist schlecht. Einen Kochdopf haben wir da nicht, ne? Könnten wir hier mit ein bisschen Tello... ...braten. Ne. Weiter nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich zwischendurch mal einen gesehen habe, aber ich glaub nicht. Aber ich guck nochmal in die Kiste. Ich glaub, ich hab keinen eingesammelt. Nope. Ich dachte, die wären Sportback oder sowas. Ich hab gedacht, erst vorhin hier ist eine Tasche gelegen. Ist aber nicht. Siehst du schon dein Licht? Ich find gar nicht mehr runter. Ich weiß gar nicht, wo ist... Gibt's hier runter? Ja. Ich glaub nochmal zwei, drei Kakteen kaputt. Können wir... Können wir ein bisschen Jucca-Pflanze rauslutschen. Ach, jetzt sammelt der auch gelbe. Ich hab schon, äh... Fünf gelbe. Und du? Oben gerade alles reingepackt zum Inventar zusammenpacken. Oh oh. Oh oh. Komm her. Was dann? Was machst du dann? Hilf mich. Warum? Was machst du? Da kommt jemand. Ist dein Freund. Ich meine. Ich brauch Licht. Kommt noch einer gleich, ne? Guck. Sein großer Bruder, ne? Wann keine Horde kommt. Wow. Spar die Pfeile, Digger. Hast du keine Märchen wieder? Ne, wir müssen trotzdem sparen. Ja gut. Spore in der Note. Aber wenn man in Gefahr ist? Nein. Sparen trotzdem. Das ist wichtig. Oben brennt noch Licht in der Hütte. Da ist eine Forge drin. Das kann gut möglich sein. Habe ich auch das Gefühl. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. Da gehen wir doch mal hin, oder? Nein, das bewahren wir uns fürs nächste Mal auf. Oh, dann dauert das aber so lange. Ja. Ist ja... Das muss ja... Ich sehe nichts. Komm mal, mach mal Licht an. Da. Wo ist denn los? Äh, ich weiß gerade nicht. Oben müsste eine Kerze sein. Oben müsste eine Kerze sein. Ist keine. Wieso ist da keine Kerze? Drüben im anderen Haus. Lass uns erst mal das Inventar hier zusammenpacken. Das ist, wenn du beim Trader einfach nur so durchrennst. Und verpasst du das Schönste. Guck. Ach so, Licht mit Kröte. Ja, sehr gut. Also ich stelle sie denn mal hier in den Raum. Ach, schön. Ach so, da ist schon. Boah, ist aber viel zu dunkel. Wenn man einen Mininghelm hat, ist das natürlich alles kein Problem. Pst, pst, pst. Das ist schön. Och, herrlich. Guck mal. Herrlich. Ja, wunderbar. So, da können wir jetzt hier unser Inventar zusammenlegen, mein lieber. Hau mal rein, das Zeug. Und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Und ein paar schöne Tage auf jeden Fall. Genau. In der letzten Folge schon mal angekündigt zum Schluss. Äh, es wird höchstwahrscheinlich die nächsten beiden Wochenenden kein Weekend bluten. Ich mach mal ein bisschen Licht, hier sieht man ja gar nichts. Warum sind da Fackeln? Wo hast du denn die Fackeln her? Du kannst doch nicht ohne Fackeln außer Haus gehen, Junge. Hat dir das die Mama nicht beigebracht? Du bist nicht so ein Minecraft-Spieler, gell? Du musst immer Fackeln mitnehmen. Nimmst du wirklich, verballerst du einen Inventarplatz für Fackeln? Nö, nicht für den Schmeininghelm. Ich hab mal an dich gedacht, komm. Weißt du was? Ich teile auch mal mit dir. Ach, ich dachte schon, die wäre runtergefallen, du. Yeah! Ich kann ja jetzt hier überall lang gehen. Nö, ich seh jetzt auch wieder was. Du kannst jetzt überall lang gehen. Jetzt siehst du was. Na, na, ich stell mich hier hinten ein, wo sonst nichts ist. Wo es dunkel wäre. Stell ich mich einfach hin. Und dann ist auf einmal hell alles, ne? Mhm. Äh, wie letzte Folge schon angekündigt? Boah, ich dachte schon, hier fehlt schon wieder. Hier, man kann nämlich ja, ne? Hab ich schon 27 Mal erklärt. Zug, ist der Frame raus. Aber wir packen ihn natürlich wieder ein. Ähm. Ja. Die nächsten beiden Wochenenden höchstwahrscheinlich kein Weekend. Luderblut. Oh nein. Ähm. Wo geht's weiter? Ich weiß gar nicht. Was meinst du? Vielleicht Alpha 16 irgendwann mal? Meinst du, das wird 2017 was? Ja, 2017 auf jeden Fall. Meinst du ja? Ja, ich weiß das. Ich hab, ich hab da so einen guten Draht. Sehr gut. Ja, dann lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Teilen und Kommentare freuen wir uns besonders. Ja, das stimmt. Und, äh, denn bis bald, meine Lieben. Bis bald. Bis bald. Ihr Lieben. Weekend Luderblut. Tschüss. Weekend Luderblut. Bye-bye. Tschüss. Bye. Tschüss. Back.